Mit den Worten, Geld her, sonst scheppert's, forderte wie berichtet ein Unbekannter die Mitarbeiter in einer Bankfiliale in Wien-Floretsdorf, die Herausgabe vom Bargeld. Nun hat die Polizei Pfandlungsfotos veröffentlicht, um den Flüchtigen aufzuforschen. Kurz vor 10 Uhr bedrohte ein unbekannter Mann vergangenen Freitag die Mitarbeiter in der Bankfiliale. Allerdings ohne Erfolg, denn die Mitarbeiter zeigten sich recht unbeeindruckt und verweigerten schlicht die Herausgabe vom Bargeld. Woraufhin der Mann in Richtung Bahnhof Floretsdorf flüchtete. Während der eingeleiteten Pfandung wurde sogar kurzzeitig der Zugverkehr am Bahnhof Floretsdorf unterbrochen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Von dem Flüchtigen fehlt seitdem jede Spur. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise. Die Pfandung nach dem Unbekannten läuft weiter auf Hochtouren. Für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, wird von Spartebank und Versicherung der Wirtschaftskammer Wien ein Geldbetrag in der Höhe von 2000 Euro ausgelobt. Sachdienliche Hinweise, insbesondere Auskünfte zum Tatverdächtigen oder Angaben von Personen, die den Tatverdächtigen vor oder nach der Tat gesehen haben, werden auch anonym an das Landeskriminalamt Wien unter dieser Nummer erbeten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017